Hallo, pünktlich zur IFA 2013 hier in Berlin hat die Telekom das HD-Angebot für Entertain deutlich erweitert. Ab sofort sind auch alle HD-Sender der RTL-Gruppe zu empfangen. Dazu benötigen sie nur das HD-Startpaket, welches ab sofort 6,95 Euro kostet und damit Sat.1, RTL, alle Sender dieser beiden Gruppen in HD-Qualität liefert. Weiterhin verfügbar ist das HD-Paket, wo sie noch weitere private HD-Sender empfangen können, Premium-TV-Sender auch ohne Werbeunterbrechung. Und ganz neu jetzt auch zur IFA ist die HD-Option. Diese funktioniert im Prinzip so, dass sie ja Premium-Pakete kaufen können, wie der Entertain-Bick-TV oder das Entertain-Kinder- oder Doku-Paket. Und alle Sender, die in diesem Premium-Paket enthalten sind, werden durch die HD-Option zusätzlich auch in HD-Qualität freigeschaltet, sofern dieser Fernsehsender auch einen HD-Kanal anbietet. Neben den eigenen Paketen von der Telekom gibt es natürlich auch die Sky-Pakete ab sofort bei der Telekom zu buchen, also Sky-Bundesliga, Sky-Film, Sky-Sport und Sky-Welt. Das heißt, auch diese Sender können Sie natürlich zusammen mit der Sky-HD-Option auch erweitern. In Summe sind bei der Telekom mittlerweile über 80 HD-Sender empfangbar. Damit hat die Telekom das größte HD-Senderangebot aktuell in Deutschland von einem Anbieter. Tipp übrigens neu, der Entertain-Premium-Paket wurde angepasst. Ab sofort entfällt dort das Filmpaket. Dafür ist bei Entertain-Premium künftig die HD-Option und das HD-Start-Paket inklusive. Das heißt also, wenn Sie Premium-Pakete dazu buchen, haben Sie da die Sender in HD-Qualität und mit HD-Start haben Sie RTL Sat.1-Gruppe, komplett alle Sender in HD-Qualität beim Entertain-Premium-Paket zum Vorzugspreis jetzt bestellen.